Hi, ich bin Thurit und ich bin die Patin von Sisters of Comedy im Politbüro in Hamburg. Am 12.11. findet bundesweit eine Veranstaltung statt zum Thema Gleichstellung. Wir finden, das ist immer noch ein Thema, auch wenn wir an diesem Tag 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern. Deshalb kommt vorbei und erlebt mit uns einen abwechslungsreichen Kleinkunstabend. Chansons, Kabarett und Comedy. Und was für einen guten Zweck. Die Spenden gehen an die Hamburger Frauenhäuser. Also dann bis zum 12.11.